Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Anonym Ultimate. Das letzte Album von Anonym Hannoveraner erschien im November 2018. Jetzt steht das zweite Soloalbum von Anno an. Ultimate kommt mit 18 Tracks, Features kommen unter anderem von Mosh36, Samra und Summerjam. Das Release kommt über 0511 Records und erscheint als Box. Umse und Notz. Uno. Im November 2018 erschien mit Durch die Wolkendecke das letzte Album von Umse. Für sein neuestes Projekt hat sich der Ratinger mit dem US-Producer Notz zusammengetan. Uno beinhaltet 10 Tracks und ein Feature von Megalow. Das Album kommt über Jakarta Records und erscheint als CD und auch als Vinyl. Pedas 4 Fünfer. Das letzte Album von Pedas Malocha Attitüde erschien im Mai 2017. Nach knapp drei Jahren meldet sich der Essener nun mit einer EP zurück. Der EP Titel bezieht sich auf die Postleitzahl von Essen und Umgebung. 4 Fünfer kommt mit 5 Tracks, Features gibt es eines und dieses kommt von Snagger. Das Release kommt über Distributions und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.